Musik Ho, ho, ho! Es war einmal in Hollywood. Once upon a time in Hollywood. Mit einer zauberhaften Winternacht machten sich die geschäftigen Weihnachts-Elfen auf den Weg, ihren magischen Aufgaben nachzugeben. Die beiden Elfen Holly und Jolly haben von Santa höchstpersönlich die wichtigste zugetragen bekommen. Sie haben die Ehre, den großen Weihnachtsbaum im Herzen der Movie Park Studios in all seiner Lichterpracht erstrahlen zu lassen. On a magical Winter's Night, the busiest Christmas elves set out to complete their magical tasks. The two elves Holly and Jolly were given the most important of all tasks by Santa himself. The two little elves have the honor of making the big Christmas tree in the heart of Movie Park Studios shine in all its glory. Das Erleuchten des Weihnachtsbaumes ist in Hollywood in Germany eine lange Tradition. Lighting the Christmas tree is a long tradition in Hollywood in Germany. Santa Claus wählt nur die fleißigsten, mutigsten und treuesten Elfen für diese wichtige Aufgabe aus. Und dieses Jahr sind Holly und Jolly an der Reihe, den Weihnachtsbaum zu erleuchten. Santa Claus selects only the hardest working, bravest and most loyal elves for this important task. And this year, it's Holly and Jolly's turn to light up the Christmas tree. Oh, Jolly, das ist so aufregend. Wir werden den Weihnachtsbaum erstrahlen lassen und all die Menschen erfreuen. Yes, Holly, this is going to be fantastic. Let's go and make all these people happy. Die beiden Elfen standen vor dem prächtigen Weihnachtsbaum. Doch als sie versuchten, die Lichter einzuschalten, geschah nichts. Oh nein, Jolly, das funktioniert nicht. Was sollen die tun? I don't know, Holly. Santa is going to be so disappointed. Die Elfen waren entmutigt, aber sie gaben nicht auf. Sie riefen die Rentiere herbei, um zu fragen, wo Santa sei. Die Elfen waren entspricht, aber sie gaben nicht auf. Sie riefen die Reindeers, um zu fragen, wo Santa war. Oh, Holly, look. Die Nutcrackers sind hier. Vielleicht können sie uns helfen. Sie riefen die Reindeers, um zu fragen, wo Santa ist, 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 wo Santa ist. Als die Lichter des Weihnachtsbaumes aufleuchteten, stiegen alle Wünsche und Träume der Menschen in den Himmel auf. Es war ein Happy End in den Movie Park Studios. Das zeigte, dass selbst in den schwierigsten Momenten der Zauber der Weihnachtszeit und die Kraft der Zusammenarbeit die Herzen der Menschen erhellen können. When the lights of the Christmas tree lit up, all people's wishes and dreams ascended to heaven. It was a happy ending at Movie Park Studios that showed that even in the most difficult moments, the magic of Christmas and the power of cooperation can light up people's hearts. Movie Park Studios Movie Park Studios Germany wünscht allen Gästen filmreife Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr. Movie Park Germany wünscht allen Gästen filmreife Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr. Wishes all Gästen ein movie-like Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr. Movie Park resemble auf dem letzten Jahr vier. Ami Film Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017